Es trötet laut durch die Werkstatt. Noch klingen die Töne recht schrill aus den kleinen Orgelpfeifen. Aber mit Hilfe von Gregor Bergmann wird das Tröten langsam zu wohlklingend tönen. Die vierte Klasse der Grundschule Goldswaden hat zu Ehren von Abschnittger gelernt, wie man Orgelpfeifen baut. Er wurde im Juli 1648 geboren und die Abschnittgergesellschaft veranstaltet in diesem Zeitraum immer Projekte für die Grundschule Goldswaden. Die Kinder hatten alle sichtlich viel Spaß beim Basteln, Bauen und Tröten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017